Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweis und anlässlich der aktuellen Inflationsdaten für die Eurozone darf ich Sie sehr herzlich zu einem kurzen Update für Anleger begrüßen. Wir schauen zunächst auf die Inflationswerte. Sie sehen hier in Türkis dargestellt, die Daten, wie sie von der Europäischen Statistischen Behörde ermittelt und kommuniziert werden. Sie sehen den Verlauf hier, 1,5% der aktuelle Wert. Die Zielgröße der Europäischen Zentralbank, die als wichtige Stellschraube dient, um die Geld- und Zinspolitik zu stellen, die sehen Sie hier in Rot dargestellt und wir sehen, es gibt einen entsprechenden Abstand, also die Inflation weiterhin unter dem Niveau, das sich die Europäische Zentralbank vorstellt. Wenn man etwas weiter hinschaut, dann blickt die Notenbank nicht nur auf diese offizielle Inflationsrate, man schaut auch auf die Kerninflationsrate. Dort ist insbesondere auch das Thema Energie nicht enthalten und diese Kerninflationsrate liegt weiterhin bei 0,9% und das ist ein Wert, der für die Europäische Zentralbank definitiv zu niedrig ist. Man würde sich bei einer strukturellen Erholung der wirtschaftlichen Aktivität in der Eurozone durchaus höhere Inflationsraten wünschen und da man diese aktuell nicht sieht, ist weiterhin keine Änderung der Geldpolitik zu erwarten. Das heißt, die Zinsen bleiben weiterhin niedrig, also eine schlechte Nachricht für Sparer, eine gute Nachricht für diejenigen, die kurzfristig noch ein Darlehen aufnehmen möchten. Aber der Blick auf die Kapitalmärkte, das soll unser Fokus sein und in unserem ÜPOS-Inflationscheck präsentieren wir Ihnen monatlich, wie sich verschiedene Vermögensklassen, wenn man die Abgeltungssteuer hier bereits abzieht, im Verhältnis zur aktuellen Inflationsrate für Deutschland darstellen. Und was Sie hier sehen, ganz links am Rand, die Rendite von Staatsanleihen Deutschland, minus 0,34%, also dass der Preis den Anleger bezahlen müssen, wenn sie eben Staatsanleihen von Deutschland für diesen Zeitraum halten möchten. Dazu noch der Verlust durch die Inflation macht ein Minus von etwas 2,15%. Wenn wir bereit sind, etwas mehr Bonitäts- und Laufzeitrisiken einzugehen, dann sind wir im Segment der europäischen Unternehmensanleihen und da sehen Sie auch 0,61%, zumindestens positiv, aber die Inflation mit 1,8% ebenfalls höher, also auch der reale Kaufkrafterhalt eben mit Unternehmensanleihen solider Bonität nicht mehr machbar. Der nächste Schritt, das sind Unternehmensanleihen schwächerer Bonität, sogenannte Hochzinsanleihen. Und da sehen Sie, wenn wir von diesem Index, den Sie nicht direkt investieren können, der nur als indikative Darstellung dienen soll, auch bereits die Abgeltungssteuer abziehen, dann sehen Sie einen Wert von 1,83%, also nur minimal oberhalb der Inflationsrate. Im Kern bedeutet das, dass mit Zinsanlagen nur sehr, sehr schwer ein realer Kaufkrafterhalt darstellbar ist, dass wir Tendenzen haben, dass wir Kapitalanlagen, die sich außerhalb der Börse bewegen, wie zum Beispiel Immobilien, die eben auch noch laufende Mieterträge bieten, oder Kapitalanlagen, die sich auf Unternehmensbeteiligung beziehen, dass die sich weiter in einer starken Nachfrage erfreuen. Der Grund letztendlich simpel, wir haben sehr niedrige Zinsen, wir haben Anlagenotstand und besonders Investoren, die bilanzieren, die haben das Thema, dass sie nicht zu viele Schwankungen im Portfolio haben wollen, also sind auch Anlagen außerhalb der Börsen natürlich durchaus gefragt. Summa summarum ergibt sich für die Anleger ein sehr schwieriges und herausforderndes Bild. Zum einen muss die aktuelle Depotstruktur analysiert werden. Wir haben hier durchaus Klumpenrisiken, die sich bilden können. Auch wenn Sie selbst am Depot keine Änderungen vorgenommen haben, dann führen die Veränderungen innerhalb der Indizes, Veränderungen innerhalb der Investmentfonds, die Sie einsetzen, dazu, dass sich hier Rendite-Risikoprofile verschieben und das ist natürlich ein Thema, was man sich anschauen sollte. Auch natürlich die Thematik rund um die Altersvorsorge, die in Deutschland typischerweise zinsbasiert ist. Da sehen Sie die Probleme nicht ganz so offensichtlich, aber ich denke, jedem von uns ist klar, dass zinsbasierte Altersvorsorge ohne Zinsen nicht funktionieren kann. Dementsprechend müssen die einzelnen Produkte, aber auch die kombinierte Ruhestandsplanung auf den Prüfstand, um hier die Folgen letztendlich abzuwägen, zu analysieren und darauf aufbauend heute Schlüsse zu tätigen. Im nächsten Schritt ein steuerliches Thema. Investmentfonds werden ab dem 01.01.2018 neu besteuert. Das bietet ein gewisses Gestaltungspotenzial. Zum Teil sind hierzu bereits Aktivitäten im Jahr 2017 erforderlich. Also auch etwas, was man sich in den nächsten Wochen noch anschauen sollte. Abschließend die starke Preisentwicklung an den Kapitalmärkten. Wir sehen Allzeithochs bei verschiedenen Aktienindizes, die führen natürlich zu weiteren Konzentrationsrisiken. Die bieten ein gewisses Rückschlagspotenzial. Dementsprechend sollte die Struktur mit der finanziellen Risikobereitschaft abgeglichen werden. Das sind die Themen, die wir aktuell sehen. Und die niedrigen Zinsen werden uns erhalten bleiben. Es macht also keinen Sinn, darüber zu lamentieren und dann früher zu denken, die Zinsen sind niedrig, die Realzinsen sind negativ. Man muss sich heute bewegen, wenn man seine Situation verbessern möchte. Und ich glaube, das ist auch das wesentliche Thema, was wir im Hinterkopf behalten sollen. In diesem Sinne darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.